Hallo und herzlich willkommen bei NakaSato74. Das ist mein neues ZZ. Das soll ein Test sein, um zu sehen, ob das gut ankommt. Hallo, hier ist NakaSato74 und wir wollen testen, ob der alte ZZ auf dem Mikrofon gut ist. Aber ich weiß von vorne heraus, dass es scheiße ist, weil sonst hätte ich das neue nicht gekauft und der alte wäre nicht so scheiße. Aber das sollte schon genügen, um das zu testen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, ich rede wieder mit meinem neuen Headset und ich wollte schon, wenn ich so ein Video mache, auch direkt hinten dran sagen, dass ich dann auch anfange, wieder mit Let's Plays zu machen. Amnesia und Skyrim werden weiter aufgenommen und Legend of Legends wird wieder so spontan aufgenommen, wenn ich wieder Lust und Zeit habe. Eigentlich habe ich Zeit, wenn ich Lust habe. Aber ich ziehe erstmal Skyrim und Amnesia vor. Legend of Legends kann ich niemals wieder machen. Der ist ja ein Endless-Projekt eigentlich. So, ihr könnt ja in den Kommentaren auch unten sagen, ob euch der neue Headset besser gefällt. Obwohl ich eh vermute, dass es besser gefällt. Ansonsten, wir sehen uns bei meinen anderen Videos. Tschüss! Ansonsten, wir sehen uns bei unseren Gedanken hier und bei unseren Geist. Auch bei den, Meister. Äh, das war schon. Vielen Dank.